Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Wenn Sie den Kreis schließen, haben Sie das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Achten Sie auf die Dinge, die Sie erreicht haben, und Sie werden unweigerlich das Muster erkennen, dass Sie wieder dort landen, wo Sie angefangen haben, allerdings mit einem größeren Selbstbewusstsein. Wenn Sie für sich und Ihren Körper sorgen, können Sie sich ständig an Veränderungen anpassen und das Neue optimistisch begrüßen. Unsere Ernährung ist unsere beste Vorbeugung gegen Krankheiten, Bewegung unsere beste Waffe gegen Depressionen und guter Schlaf unsere beste Möglichkeit, sich wirklich zentriert zu fühlen. Konzentrieren Sie sich darauf, diese Fähigkeiten in vollem Umfang zu entwickeln. Karriere Ein Fehler, den Sie vor ein paar Wochen nicht bemerkt haben, holt Sie jetzt wieder ein. Plötzlich sehen Sie sich mit schwierigen Herausforderungen und sehr starkem Widerstand konfrontiert. Geben Sie Ihren Fehler zu und arbeiten Sie an einer neuen Lösung. Verleugnen Sie nicht Ihre Rolle in der Angelegenheit. Liebe Nehmen Sie sich Zeit, um mit Ihren tieferen Gefühlen in Bezug auf Ihre persönlichste Beziehung in Kontakt zu kommen. Wenn Sie bestimmte Themen zu besprechen haben, dann tun Sie dies, während Sie in der Lage sind, alle Schwierigkeiten mit einem gewissen Maß an Charme auszugleichen. Seien Sie vor allem ehrlich und überlegen Sie, ob Sie sich beide um die Bedürfnisse des Anderen kümmern oder nur um Ihre eigenen. Wenn Sie ehrlich sind, wird sich Ihre Beziehung erheblich verbessern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020